Ah, winke! Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mario Zock Plants vs. Zombies, die Minispiele. Diese Runde ist Zombie-Aquarium dran. Und Klick zum Füttern der Zombies auf das Aquarium. Na gut, klicken wir. Ah, uh, Gehirne zum Verfüttern. Na? Was jetzt? Klick um weitere Schnarchel-Zombies. Ich war zu schnell. Ich hab zu schnell geklickt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Hier. So? Oder? So? So? So, so? Oh, Hilfe! Es schwimmen... Gehirne in meinem... Aquarium. Ich brauch tausend Sonnen. Schwing, schwing. Schon irgendjemand kapiert, wofür ich Sonnen kriege? Ey, der sieht nicht gut aus. Da ist mal was. Ah, so vielleicht. Oder so? Auch nicht. Und wann kriege ich hier Sonnen? Ich raps irgendwie nicht so. Ja, friss mal. Gehirn. Der will nicht. Der will auch nicht. Die wollen alle nicht. Die wollen doch Gehirn. Hier. Gehirn. Da. Hm. Na ja, ich mach halt mal so und so. Und wer will, darf sich bedienen? Oder wie? Das Spiel ist ja voll Action geladen hier. Zombie-Aquarium. Das muss ich mir unbedingt merken. Das Spiel schnicks Runde gleich nochmal. Ich kann mich ja kaum halten vor lauter... Vor lauter Action. Gänsehaut und... Achso, hier, ich kann neue Zombies. Und noch einen, und noch einen, und noch einen. Ach nee, ich brauch' 1000 Sonnen. Oh, scheiße. Da, hier. Nein. Wieso hab' ich keine Gehirne mehr? Ich brauch' Gehirn. Gehirn. Der hungert. Der verhungert. Mein armer Zombie stirbt. Geht das? Ja, toll. Was war das denn? Wie geil. Ja, komm schon hier. Da. Ihr habt doch hier alle was. Kann ich nur drei Gehirne setzen, oder was, auf einmal? Eigentlich müsste ich ja grad nochmal einen verrecken lassen. Der war echt cool. Der war nicht schlecht. Komm schon. Ich kann doch mal einer verhungern. So, aber nur einer. Komm, stirb. Ich will's werden. Nicht schlecht, Herr Specht. Naja, machen wir lieber mal die 1000 Sonnen fertig jetzt hier. Wenn das alles ist, finde ich das schon ein bisschen seltsam, irgendwie, als Minispiel. Naja, ist nur ein Minigame, ne? Was will man erwarten? Kommt, gleich haben wir's. Hier, Zombie-Ludger. Ich meine, ihr Gehirn-Ludger. Dieses Spiel ist noch ein paar Gehirn-Ludger. Hier, ich setz mal schon mal ein paar Gehirn in die Luft. Ach, Luft gibt's ja hier nicht. Klick auf die Trophäe, um das Level abzuschließen. Muss ich? Muss ich? Die kürzeste Runde, die ich überhaupt bis jetzt gehabt hab, äh, bin ja fast schon überlegen, ob ich noch einen hinten dran hänge, aber, ne, lieber nicht, äh, noch mal ne neue für, äh, aber Inke, bis nächste Runde. Äh, also ...